Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Insight zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Relativ früh war ja schon klar, dass im Transfer, vor allem in der Abwehr, was passieren soll und auch passieren muss. Mit Niklas Süle hat der BVB schon vor Wochen einen ersten Top-Transfer eingetütet. Er kommt der Ablose frei vom FC Bayern. Und auch ein zweiter Transfer ist wohl so gut wie fix und steht auch nahezu schon fest. Denn die BILD untermauert noch mal ältere Berichte, dass der Wechsel von Nico Schlotterbeck nach Dortmund in trockenen Tüchern ist. Die Ablöse wird auf 20 Millionen Euro taxiert und somit geht auch da der FC Bayern im Kampf um einen deutschen Innenverteidiger leer aus. Wie die Boulevardzeit nämlich weiter berichtet, dann haben die Bayern in den vergangenen Tagen einen allerletzten Versuch bei Schlotterbeck. Und es wurde sogar dem 22 Millionen ein besserer Vertrag angeboten mit höherem Gehalt. Damit wollten die Bayern-Bosse den deutschen Nationalspieler noch überzeugen, nach Bayern zu wechseln. Aber der zweifache Nationalspieler stehe beim BVB im Wort und werde den Dortmund dann wohl auch künftig rund 6 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Und somit haben die Bayern auch damals wieder nicht aufgegeben, aber Schlotterbeck will es im BVB. Und der Wechsel wird von dann auch in den nächsten Wochen offiziell gemacht werden. Und damit hätte man neben Niklas Süle eine weitere, sehr, sehr gute Verstärkung für die Defensivabteilung. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball.